Hallo liebe Aufwach-Community. Aufwachen, dein Leben wartet mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Ich bin heute verbunden mit Schodima Flack. Hallo Schodima. Hallo, das ist so schön. Schodima, ich freue mich, dass du zugesagt hast, nur doch noch, weil es war ja etwas schwierig, einen Termin zu finden. Schodima ist Speakerin, Autorin, macht Coachings, findet gemeinsam mit dir die Seelenaufgabe. Und ja, was mich am meisten an dir fasziniert, oder an dir, an deiner Internetseite, wo ich so drauf geschaut habe, wo ich gedacht habe, die möchte ich gerne im Kongress dabei haben, ist der Satz, sei ein Leuchtturm und kein Teelicht. Ja, Schodima, stell dich doch kurz vor und erzähl uns, wie du so zum Erwachen gekommen bist, was dein Weg bisher war. Ja, hallo liebe Community, schön, dass du jetzt zuschaust. Und ja, wenn man jetzt so guckt in mein Profil, dann ist alles strahlend und schön und rot, weiß, der Leuchtturm und total präsent und ein strahlendes Lachen. Und ich glaube, ich habe so einen sehr langen Weg vor mir, also dem bin ich gegangen, von 2002, wo ich meinen Job gekündigt habe, in einer großen Werbeagentur in Hamburg und so ein ganz, ganz anderer Mensch war. Und jetzt coache ich ganz viele Therapeuten und Coaches, wie sie sichtbarer werden, wie sie mehr Energie in ihre Arbeit reinbringen und wie sie eben mit dieser Lebensaufgabe, wie so einem Motor, wie die Glühbirne eines Leuchtturms sozusagen anfangen, loszubrummen und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das ist so meine Mission. Und das war ein langer Weg. Ich bin jetzt über neun Jahre online sichtbar mit meinen Blogs, Vlogs, Videos aus Rio, aus Hamburg und so weiter. Und inzwischen mache ich irgendwie ganz super leichte Social Media Tätigkeiten mit TikTok und so weiter. Also es hat so einen Riesenweg gemacht, eine Riesenwelle und es begann aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ich kündige diesen Job, weil es ging nicht mehr. 2002. Ich konnte nicht mehr sitzen. Die Arbeit stand mir bis hier oben. Ich hatte irgendwie lange Arbeitstage in der Werbeagentur. Und man wurde so ein bisschen ausgequetscht wie so eine Zitrone. Auf Knopfdruck kreativ sein, lange Arbeitsschichten und ich konnte nicht mehr sitzen. Mein ganzer Körper hat geschrien, ich muss mich bewegen. Ich kann da nicht mehr. Ich hatte richtig Schwermittagvergiftung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so. Und mir tat immer nur der Bauch und der Rücken weh und habe dann entschieden, ich gehe und ich mache mal eine Auszeit und habe dann entschieden, ich gehe nach Australien. Da war eine Freundin. Dann dachte ich so, wir jobben ein bisschen in Sydney. Und dann auf einmal waren wir im Outback und dann waren wir umringt von Hippies. Und dann hat der eine Reiki gemacht und dann blieb mein Auto liegen und dann haben die mir irgendwie, sie sind in der So-und-so-Guru-Richtung und hier hast du mal die Gespräche mit Gott. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann liefen die Tränen und es ging einen Schritt nach dem nächsten. Und ich bin immer an irgendwelche Kraftplätze gefahren in Australien, habe plötzlich morgens um fünf da gesessen und meditiert. Von einem auf den anderen Tag und habe entschieden, ich ändere mein Leben, höre auf zu rauchen, höre auf zu Fleisch zu essen, solche Sachen. Dann habe ich irgendwie alles so an einem Tag entschieden. Ich fange an zu meditieren. Einige Sachen habe ich durchgehalten und das Meditieren gehört immer noch dazu. Und ja, ich habe mein Leben verändert in dieser Reise. Elf Monate ging das und elf Tage. Und bin dann zurückgekommen und war auf einmal so eine Yoga-Frau irgendwie, so mit 28. Und meine Freunde kannten mich gar nicht mehr. Und so bin ich irgendwie aufgewacht in Australien mit diesen Büchern, Gespräche mit Gott, Prophezeiung von Celestine. Und dann habe ich angefangen zu meditieren und saß auf einmal am Ashram in Melbourne und hatte eine Kundalini-Erweckung oder saß am Ayers Rock und habe gedacht, ich erkenne plötzlich das ganze Universum wieder. Also es war der Hammer. Und jetzt habe ich das in so eine Leichtigkeit in alles irgendwie eingebaut, meditiere, habe ein modernes Leben, habe eine Tochter. Und alles kann so, auf einmal suchst du was und erkennst dich plötzlich selber nicht mehr wieder nach ein paar Monaten. Also das ist wirklich das Aufwachen, glaube ich. In der Praxis, du bist jetzt glücklicher wie vorher. Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Bauch- und Rückenschmerzen sind verschwunden. Ja, komischerweise. Ja, komischerweise, ja, aber das ist ja oftmals, man hört ja nie auf seinen Körper. Man merkt es vielleicht und dann geht man eher zum Arzt, statt das Leben zu verändern. Und das ist genau das, was ich glaube wirklich an der Zeit ist, nicht die Hilfe im Außen zu suchen, sondern einfach nach innen zu schauen. Warum ist das so? Warum? Ja, was will meine Seele eigentlich? Was schreit mir hier entgegen? Und ich glaube, die Zeit ist dafür total reif. Also für viele klingt es wahrscheinlich noch total abgedroschen, aber gefühlt ist es wirklich reif. Ja, und nicht jeder hat jetzt den Mut irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt mal raus. Aber ich habe dann ja immer wieder daran gearbeitet, dass ich solche Kurse gemacht habe, die es einem von zu Hause möglich machen. Und habe dann irgendwie so angefangen, irgendwann mit Glücksakademie und dann habe ich Berufung finden, irgendwie seit vier Jahren jetzt das Thema. Und das ist irgendwie, dass man nicht mehr um die Welt reisen muss und in irgendeinem Ashram irgendwelche komischen Sachen. Und das habe ich alles gemacht. Ich habe irgendwie jahrelang gesucht, weitergemacht, noch mehr gearbeitet, noch mehr so. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, da bin ich dann angekommen. Dann habe ich Seminare gemacht, den Weg ins Licht, kann ich sehr empfehlen. Und da habe ich meine Lebensaufgabe gesehen und auch einige Seminare später. Und dann habe ich mich immer so gesehen, ich gebe Wissen weiter und ich schreibe Bücher. Und ich gehe auf die Bühne und erzähle was. Und das war diese erste Vision von meiner Lebensaufgabe, wo ich irgendwie so. Und jetzt fühlt es sich halt normal ein, zum TV-Interview irgendwo eingeladen zu werden. Das ist so wie, das ist schon lange dran. Also das ist irgendwie so wie, alles passt auf einmal zusammen, alles setzt sich wie Puzzleteile zusammen. Und dein Weg wird ein anderer sein, aber du musst dafür nicht ein rot-weißes Kleid anziehen oder so. Sondern einfach du selbst ist so ein bisschen abgedroschen, aber das findest du ganz, ganz tief in dir. Kannst du heute beginnen mit, setzt dich irgendwie hin, machst ein paar Kerzen an und versuchst, deine Lebensaufgabe rauszufinden. Oder du nimmst halt jemanden, der dir helfen kann. Ich bin inzwischen spirituelle Lehrerin und Erfolgscoach. Also irgendwie habe ich mich da so weitergebildet, dass es jetzt halt so schnell geht. Und ja, also mein Herz blubbert vor Energie. Also es ist so, es gibt so viele Menschen, die aufgewacht sind, die einem weiterhelfen können. Man muss da keine Angst vorhaben und wenn man auf der Suche ist, dann wird man auch irgendwann was finden. Und dass man sich auch traut, irgendwo mal anzukommen, das wäre auch noch irgendwie so ein Tipp von mir. Ja, ich bin 2008 wirklich bei mir angekommen und seitdem ist nur noch Freude, 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 Freude. Und das wünschen sich ja eigentlich alle. Also es geht ja auch um den Kongress jetzt hier, aufwachen, Lebensfreude, Leichtigkeit leben. Und ich sage mal, es ist, wenn man bei vielen Menschen hinschaut, dann denkt man, ja, dem geht es ja gut. Aber im Innen ist so eine Leere da und eine Ausgebranntheit. Und ja, und dieses Erfülltsein, das können wir, ich glaube, wirklich nur erreichen, wenn wir uns wieder wirklich mit unserer Seelenaufgabe verbinden und wenn wir vielleicht auch mal alles loslassen. Und ja, so blöd wie das klingt, aber die Corona-Zeit hilft uns eigentlich dabei, wirklich mal zu schauen, ist es denn richtig, wichtig, was ich mache? Macht es Sinn, dass ich mich jeden Tag eine Stunde hinsetze ins Auto und fahre zu meiner Arbeit hin und abends wieder zurück im Stau und habe dann keinen Nerven mehr für meine Familie. Und am Wochenende, ja, dann ist so vieles abzuarbeiten und vielleicht noch schnell der Rasen zu mähen oder irgend sowas. Wir sind ja nur noch im Tun, wir kommen ja überhaupt nicht mehr bei uns an. Und das ist das, was mich oftmals so traurig stimmt. Da müssen die Kinder zum Fußball gefahren werden oder zum Klavierunterricht oder, oder, oder. Und jetzt zwingen wir uns Corona in vielen Sachen endlich mal zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ja, denk doch mal über nichts nach, geh in dich rein. Und jetzt ist halt auch nur die Frage, wie nehme ich es dann an? Nehme ich es jetzt an und sage, alles Mist und was machen wir eigentlich und jetzt geht gerade die Welt unter? Oder finde ich wirklich den Weg zu mir? Ja, ich finde, das ist wie so eine Diamantenschleifmaschine. Also irgendwie alle werden gezwungen, auf sich zu schauen und werden gezwungen, zu Hause zu bleiben oder weniger zu machen, weniger Entertainment. Und wenn man mal das Netflix irgendwie nebenbei, also wenn man das mal ein bisschen an den Rand schiebt und sagt, ich kümmere mich mal um mich, setze mich mal eine halbe Stunde abends hin oder eine Viertelstunde und mach mal irgendwie eine Form von Gedankenhygiene oder Meditation, da kommt man so in die Ruhe. Man hat plötzlich am Tag doppelt oder dreifach so viel Energie. Und ich habe dann an dem Tag, wo schulfrei angekündigt wurde, der 15.03., ich bin alleinerziehend, ich habe eine Maus, die ist sieben und habe trotzdem irgendwie eine Challenge gemacht, Corona, deine Chance für Online-Sichtbarkeit. Ich habe ziemlich viel Hass da bekommen, so wie kannst du sagen, das ist deine Chance und habe irgendwie fünf Videos aufgenommen, wie Corona dein Leben, also online, wie das gehen kann. Das sind fünf Gratis-Videos, die man sich angucken kann. Und da habe ich gesagt, wie kannst du sichtbar werden mit Videos? Wie kannst du zum Beispiel eine Online-Konferenz, wie kannst du solche Sachen machen, die dich nach draußen sichtbar machen mit deinem Herzensthema? Vielleicht hast du einfach das Gefühl, du möchtest jetzt alten Frauen helfen oder du möchtest jetzt Kindern helfen oder so. Wenn du diesen Ruf hast, dann setz den innerhalb von 72 Stunden um. Leier das mal an, erzähl das einer Freundin, was meinst du dazu? Kann man das mal gebrauchen im Kindergarten oder kann man das so? Und dann diese Initiativen, ich glaube diese Kreativität, wenn du die wieder bekommst und sagst, ich setze mal was, ich probiere mal was aus. Und wenn das jetzt fünf Nächte meiner Freizeit kostet, ist doch wunderbar. Dann machst du endlich mal was Sinnvolles mit deinem Leben. Und wie gesagt, ich bin damit selbstständig. Ich überlege mir die ganze Zeit immer, okay, was mache ich als nächstes Sinnvolles? Jetzt machen wir wieder ein Buch, wie die Seele ihr Herzensbusiness findet. Zehn Prozent spende ich ans Kinderhospiz. Ich mache immer so Sachen, die irgendwie so ein Zahnrad überall miteinander funktionieren. Es hat Sinn und ich glaube, wir als Leuchttürme, wenn du dich angesprochen fühlst, du möchtest ein Leuchtturm sein, dann sollten wir im Privatleben, im Beruf überall anfangen zu leuchten und echt ein Vorbild sein. Also dieses Walk Your Talk, rede das, was du bist. Und das kannst du im Privaten anfangen, da eben zum Engel werden für deine Nachbarschaft und dir mit Essen versorgen, keine Ahnung was. Aber guck mal, was wirklich so dein Ding ist, wofür du brennst und wo du dann sagst, das ist so das, womit ich jetzt meine Stimme laut machen möchte und das ist das, womit ich mich jetzt auch traue. Das ist größer als meine Angst, jetzt vor der Kamera zu sein zum Beispiel oder meine Angst vor der Bühne irgendwie, weil ich weiß, da sitzen dann 300 Leute, die mich brauchen können. Und das ist, glaube ich, so das Umdenken, was wir heutzutage haben. Wir haben so viele Millionen Menschen und da ist doch irgendwie für dich, deine Berufung, die wartet nur darauf, dass du sie umsetzt. Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir identisch sind, dass wir aufhören, irgendwelche Rollen zu spielen, dass wir wirklich identisch sind und uns zeigen, wie wir sind. Weil das ist, ich glaube, das Beste, was wir machen können. Wir brauchen niemanden kopieren oder irgendwie was nachmachen oder nachahmen oder sagen, man kann schon Vorbilder haben, ja klar. Aber man sollte wirklich bei sich bleiben, identisch bleiben, weil jeder hat ganz, ganz viel zu geben, egal wo er steht und das sollte er einfach nach außen tragen. Und wenn das jeder macht, ohne Neid auf den Nachbarn oder ohne Neid oder zu sagen, ich bin zu schlecht oder ich kann das nicht, ich glaube, dann würde vieles auch besser laufen, weil ich habe mich auch total schwer getan, mich das erste Mal vor die Kamera zu setzen. Und rückblickend war das ein Segen für mich, weil ich habe es gemacht und danach kommt die Corona-Zeit. Und mein Offline-Unternehmen ist auf null zusammengebrochen. Und das sind solche Sachen irgendwo, das kann ja kein Zufall gewesen sein. Also ich wollte eigentlich nur einen ersten Kongress machen und dann, ja, dann wollte ich wieder mein normales Leben führen. Aber die Rechnung habe ich ohne, was weiß ich, gemacht. Also mir mittlerweile macht es mir total Freude, online zu sein, zwischen Menschen Brücken zu bauen, zu sehen, wie sich jeder entwickeln darf. Und ich kriege auch ganz viel Post von der Community, was alles passiert ist im Leben. Und das macht es doch aus, wenn man solche Berichte kriegt oder Mails kriegt oder die sagen, Mensch, es hat sich verändert, es ist besser geworden. Und trotz Corona oder wegen Corona, egal wie, ja, oder überhaupt das Leben besser geworden. Und die Partnerschaft hat sich verbessert oder ich habe ein besseres Verhältnis zu meinen Kindern gekriegt. Oder jetzt auf einmal fließt das Geld oder, oder, oder. Es gibt so, so viele Themen. Und das ist das, was mich immer unglaublich bereichert, wenn solche Mails dann kommen, wo ich sage, wow, dadurch bin ich auf diesen oder jenen gestoßen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt nochmal einen Kongress, weil erstens mal macht es mir total Spaß, die Gespräche zu führen, weil ich lerne auch jedes Mal was dazu. Und ja, es ist für jeden, der zulässt, das ist natürlich das Wichtigste im Herzen, zulässt wirklich eine Bereicherung und die sagt, ich weiß schon alles. Wir wissen ja alles. Wir müssen auch noch alles wissen. Aber durch solche Gespräche kommt man einfach oftmals auf eigene Ideen, wo man dann sagt, ja, genau, sie hat recht, ich muss jetzt endlich mal in die Pötte kommen. Ja, genau. Und ich kann nochmal so einen kurzen Tipp sagen, also es fühlt sich einfach so an, wenn man seine Berufung gefunden hat, dass du so anfängst, von innen nach außen zu strahlen. Also du gibst was weiter. Du hast mit jedem Tag, den du das machst, noch mehr Energie. Du hast ganz viel Energie. Es fühlt sich leicht an. Es fühlt sich nach Freude an. Du hast das Gefühl, ich bin richtig. Egal, wohin das Ziel so richtig geht. Aber ich bin jetzt richtig. Wenn du das in deinem Job noch nicht hast, überlege ich nochmal. Wenn du irgendwie selbstständig hast, aber das Thema immer, immer hast du Zweifel, immer zweifelst du wieder an deiner Positionierung, überlege ich nochmal. Wie bin ich richtig? Wann macht es mir Freude? Wo geht dieser Fluss der Freude hin? Und einen ganz wichtigen Unterschied, den ich gemerkt habe nach meinem Weg ins Licht 2008, dass meine Chakren halt angefangen, also diese Energiekörper, die man so hat. Ich habe nicht mehr meditiert und meditiert und war durchlässig und durchlässig, sondern ich fing an, von innen nach außen hat sich alles angefangen zu drehen und es hat rausgegeben. Also die Chakren fangen an, nach außen zu strahlen. Und das ist so der Unterschied, den ich gemerkt habe zu einer anderen Spiritualitätsform, die ich vorher hatte. Und wenn du dieses Gefühl hast, du bist diese Energie und das ist Feuer und das ist Freude und das macht Spaß so zu sein, dann bist du richtig und dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ich habe so eine Meditation, die ich mache, dass ich einfach auf meine Chakren mich konzentriere und sage immer, ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht. In jedem Chakra. Ich bin glücklich, ich bin Liebe. Dann fängst du von oben an oder von unten und lässt das halt eine Viertelstunde durchlaufen oder fünf Minuten. In jedem Chakra. Ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht. Und dann hast du so viel Energie für den ganzen Tag und das pustet dir alles weg, was da vorher nicht mehr dazu gehört. Ja, ich bin Manifestation ist ja sowieso im Chakra. Ja, es macht unglaublich viel Raum frei und probiere das mal aus morgens und abends fünf Minuten. Verändere dein Leben. Ja, das sind so kleine Tipps, die aber, kleine Tipps, Riesenwirkung. Ja, genau. Also wer das jetzt ausprobiert und nach vier Wochen sagt, wow, Hammer, bitte mir eine Nachricht schreiben. Ja, es hilft aber jetzt nicht, dass ich mir jetzt einmal eine Viertelstunde hinsetze, sondern ich sage mal, das sind solche Rituale, die man einfach jeden Morgen machen sollte, bevor man gleich aufsteht oder spätestens unter der Dusche. Ja. Dass man einfach so wirklich in diese Tagesschwingung reinkommt, weil dann läuft der Tag ganz anders, wie wenn ich mir ein C am Bett anstoße. Ja, ich mache das auch immer sonntagsabends. Ich plane irgendwie so meine Woche energetisch schon durch. Also ich gebe so diese Widmung in die Woche rein und dann wird die Woche ganz toll. Sonntagsabends hat jeder Zeit, kann er sich mal eine Viertelstunde hinsetzen und meditieren. Ja, und deine Tochter, die geht auch den Weg mit dir jetzt? Naja, die ist halt sieben und hat andere Themen. Ja, aber meditiert sie zusammen? Ja, also sie kriegt davon schon eine Menge mit, glaube ich. Und wir müssen da gar nichts groß aktiv irgendwie machen. Dieses Vorleser, dann kommt sie zufällig mit ins Zimmer und so. Also das ist schon da und die ist natürlich sehr feinfühlig und kriegt das schon alles ziemlich mit. Ja, die sitzt in der zweiten Klasse und ja, das ist natürlich aufregend immer wieder. Und jeder wächst mit seinen Aufgaben, auch ich. Und ich muss natürlich meinen Arbeitstag auch in dieser Schulzeit planen, bis 15.30. Deswegen versuche ich so viel wie möglich auch zu sourcen und ja, einfach irgendwie zu konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Ich hatte ja früher, wie ist das Ganze, Glücksakademie. Jetzt mache ich meistens nur noch berufliche Weiterbildung. Und damit habe ich schon mal einen großen Ballast irgendwie von mir gelassen, also dass ich wirklich nur für die Selbstständigen, nur für die Coaches und Therapeuten, die weiterkommen können. Ich habe natürlich auch andere Kunden, die gerne kommen, aber es geht vornehmlich um dieses Berufung sichtbar machen. Und du arbeitest ja auch eins zu eins, also bei dir gibt es so ein Schema, wo alles zugeschnitten ist, sondern du arbeitest wirklich eins zu eins und stellst dich auf jeden ein. Ja, ich habe so verschiedene Tools, die jetzt auf der Webseite stehen und so, ja, genau. Aber ich arbeite praktisch, wenn ich jetzt mich bei dir anmelde, dann arbeite ich erstmal eins zu eins. Also ich kann mir zwar auch ein Programm buchen, ja, aber wir arbeiten eins zu eins, dass du dich dann, du holst mich dann dort ab, wo ich jetzt gerade stehe. Naja, es fängt natürlich immer an mit einem Klarheitsgespräch, dass ich sage, hey, wer bist du und lass uns mal kennenlernen. Also fängt das an, aber ich habe immer, das berufliche Ziel steht immer so als Ende und Social Media, Sichtbarkeit, wie werde ich mit meinem Thema dann sichtbar, wenn ich da jetzt schon angefangen habe mit und habe aber wenig Reichweite auf Facebook, dann habe ich da natürlich auch was dafür. Und das Klarheitsgespräch, wie lange dauert das in etwa? 25 Minuten. 25 Minuten, das ist kostenfrei oder? Das ist kostenfrei und es stehen so ein paar Fragen vorab, so, bitte füll das mal aus, damit ich auch weiß, ob ich da richtig bin, weil ich kann jetzt nicht mehr jeden nehmen, das merke ich so. Ich muss mich konzentrieren auf die, die wirklich eine berufliche Lösung wollen. Oder eben diese mit den Kernkompetenzen, denen ich arbeite, da kann ich natürlich jederzeit was tun, ja. Also, du guckst dir die Leute schon an und sagst, ja, okay, ich kann dir weiterhelfen oder ich kann dir nie weiterhelfen. Ja, ich spüre das meistens von der Mail. Okay. Ja, das ist doch so ein bisschen, dass diese visuelle Veranlagung, diese Kreativität habe ich jetzt so ein bisschen in dieses Mediale, was ich ja habe, dass ich das einfach sehen kann. Ich sehe das von der Mail, ich sehe es. Ja. Spannend, wirklich spannend, ja. Hat mein Leben verändert, ja. Ja. Und du hast auch verschiedene Bücher jetzt schon geschrieben. Mhm. Jetzt kommt das siebte raus am sechsten Dezember. Ich weiß nicht, wie wir jetzt mit der Aufzeichnung sind wir, glaube ich, dann hinterher. Also am sechsten Dezember ist mein siebtes Buch, kommt dann raus. Und ja, im letzten Buch hatte ich Rüdiger Dahlke dabei, da haben wir geschrieben über die fünf Minuten, wenn du nur noch fünf Minuten hättest, was würdest du da sagen? Hier, und da geht es so um die Essenz deiner Berufung und jetzt geht es im neuen Buch um den Weg des Herzens, also um den Weg der Seele. Das ist auch richtig so in der Erzählung geschrieben, wie die Seele zum Herzenbusiness kommt. Ganz, ganz rühlig geschrieben, total süß. Schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Ja, der Kongress wird am 21. Dezember ausgestrahlt. Super. Aber dann kann es ja ein nachträgliches Geschenk werden. Und ja. Bei Amazon und vielleicht stelle ich Ihnen noch einen Link rein. Genau, das mache ich gerne. Ja, und du weißt aber, ich habe so Gerüchte gehört, du wirst auch so als Queen für TikTok gehandelt. Ja, ich sage mal, mein Sohn hängt immer wieder mal an TikTok-Videos fest und ich hatte so das nie auf dem Schirm, dass das auch so eine Plattform sein könnte, wo man sich ja dann doch präsentieren darf. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Ja, TikTok ist ja so verschrien für 15-Jährige oder 12-Jährige und ich habe halt im April angefangen TikTok auszuprobieren. Natürlich bin ich so ein bisschen Technik-Nerd, wollte das mal ausprobieren und hatte nach fünf Wochen ein virales Video. Ich habe jeden Tag ein Video gepostet und nach fünf Wochen hatte ich ein virales. Und das heißt, dass das Video ganz, ganz schnell bei 50.000 Views ist. Erklär das virales Video nochmal für alle. Das läuft dann bei TikTok durch die ganze Menschheit durch. Also alle sehen es und alle kommentieren und alle schreiben und schicken es ihrer Mutter weiter oder wie auch immer. Also wenn man da mal so ein, das nennt sich dann viralen Hit oder wie auch immer landet, virales Video. Und du kannst dir halt einen Account aufbauen als Therapeut, als Coach und kannst eben deine Arbeit ganz, ganz kurz, mein bester Tipp für Selbstliebe, mein bester Tipp für so. Solche Tipps kannst du da reinstellen. Und es sind ja immer Videos bis maximal 60 Sekunden. Und das heißt, du musst ganz schnell auf den Punkt kommen. Es war für mich eine totale Verjüngungskur. Das war so ein bisschen so, hi. Ja, aber jetzt fix. Hat es super Spaß gemacht und ich habe dann ganz schnell irgendwie, habe ich so kribbeln gefühlt. Ich habe gedacht, ich muss dazu einen Kurs machen. Ich habe den ersten TikTok fürs Business-Kurs sozusagen gemacht für Selbstständige, die eben mit TikTok sich sichtbar machen wollen. Und es macht unglaublich Spaß. Du hast eine tolle Community. Und ich habe halt gesehen, dass so spirituelle Themen auch wirklich lange gedauert haben, bis sie endlich mal da waren. Und jetzt fangen so einige an und machen irgendwas. Aber also total unterfrequentierter Kanal. Instagram, Facebook, alles voll mit irgendwie Leuten, die sich vorstellen wollen. Aber TikTok, niemand da. Und dann habe ich halt angefangen mit deutschen Hashtags und habe erst mal so die Plattformen mehr oder minder erklärt und bin damit sehr erfolgreich geworden. Ich habe die TikTok-Effekte erklärt oder TikTok-Tools und hatte damit ziemlich großen Erfolg. Ich habe jetzt über zehnstellige Follower-Zahlen, also 12,7 oder irgendwas. Und innerhalb von vier, fünf Monaten. Also viel schneller als ein Instagram oder irgendwie YouTube oder irgendwas. Also meine super Sichtbarkeitsplattform sage ich immer dazu. Und den Kurs kann man aber auch bei dir erlernen oder buchen und wie man da Schritt für Schritt vorgehen muss. Genau, ja. Ich habe die ganzen Module aufgenommen, kann man gleich loslegen. Und TikTok ist halt ganz anders als ein Facebook. Das ist ganz anders als ein Instagram. Und du kannst aber diese Videos dann nachher auch verwenden und kannst es wieder posten in Facebook. Und dann sagen deine Kunden plötzlich, das ist ja so witzig. Und das ist so eine ganz andere Darstellungsform und die bringt dir ganz viel Sichtbarkeit, wenn man es richtig macht. Ich habe ein Pärchen, die machen Wander-Vlogs oder Vlogs und haben jetzt ein Video, was über eine Million Mal angeschaut wurde. Nach meinem Kurs. Also absoluter Hit. Und jetzt haben sie natürlich jetzt wachsende Zuwachs. Also ja, einfach Follower-Zahlen. Ja, das merkt man auch bei dir. Du bist so, wo du jetzt davon gesprochen hast, du bist in dem Moment auch wieder verjüngt hergekommen. Ja, also das macht wahrscheinlich auch viel mehr Freude, weil du findest auf TikTok, also was ich so von meinem Sohn gezeigt kriege, du findest einfach nur lustige Videos, manchmal auch dumme Videos, aber irgendwie sind sie alle lustig. Ja, du kannst einfach gar nicht dort in so einen Strudel reinkommen, wo es dir nicht gut geht. Und das finde ich an TikTok so schön. Ja, also ich habe die App mittlerweile auch schon bei mir auf dem Handy und habe auch immer mal rein. Also das ist auch so für mich, wenn du mal irgendwo festhängst, guckst du dir dort mal Videos an, schon geht es dir besser. Ja, ich habe laut gelacht. Und also man guckt dann halt natürlich erstmal irgendwie Comedy oder was man so kennt aus irgendwie deutschem Fernsehen oder was auch immer so. Aber dann fängst du immer mehr an, okay, interessiert mich mein Thema, ich möchte irgendwie mehr meditieren oder so. Gibst mal das Thema ein und auf einmal kommen solche Videos von anderen TikTokern. Ich habe dann ja angefangen mit TikTok-Tipps und ich sehe jetzt nur noch irgendwie TikTok-Tipps aus der ganzen Welt oder englischsprachig und deutschsprachig. Und immer mehr, die mir irgendwelche Hacks erklären für iPhone und für Instagram und so. Also irgendwie der Algorithmus sortiert einen dann sofort ein und dann ist man natürlich da, wo man hin will. Und das ist, das machen die da richtig klasse. Also ich kann das nur empfehlen. Ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen Datenklauen nach China. Mir hat es immer nur Spaß gemacht und Freude und so sind auch meine Videos dann geworden. 100% Energie rein, 100% Energie raus. Okay, naja, jetzt manchmal. Viel schneller als in Facebook. Ja, manchmal wird es ja aber auch so ein wie 200 Energie, 200% Energie raus, oder? Ja, ja, genau. Wenn man da dann irgendwie, deine Videos sind so toll und kriegt man irgendwie solche Antworten. Wann hat mir das zuletzt jemand auf Facebook geschrieben? Die sind alle überfordert und busy und so weiter. Ja, ja. Toll. Und nach Frusten nach mehr. Und ich sage mal, ich finde deinen Weg auch so beeindruckend, weil, ja, so von Rücken- und Bauchschmerzen nach Australien. Und, ja, und dann wieder als völlig Neue zurückgekehrt. Dein Freundeskreis hat sich bestimmt auch total verändert. Wundertmal verändert, ja. Den kann man auch loslassen, ja. Also da tut sich immer wieder was. Und ich würde mich einfach mit den Leuten verbinden, wo man gute Energie hat. Und, ja, gerade wenn man so ein Erwachen hat, dann hat man natürlich ein, zwei Leute, die einen da begleiten. Der Rest muss erstmal ein bisschen warten. Da würde ich auch mich dann nicht mit irgendwie meiner Mama dann treffen oder so in dem Moment. Sondern einfach dann mal sagen, okay, in zwei Wochen wieder. Und dann das Erwachen erstmal durchlassen. Und so, das dauert ja auch ein bisschen. Klingt spannend. Okay. Ich verlinke einfach deine Seite unterhalb. Dann kann jeder schauen und sich auch mal so ein Erstgespräch buchen bei dir. Und dann kann man ja reinfühlen, ob es passt oder nicht. Genau. Ja. Ob du sagst, ja, möchte ich, kann ich, will ich. Ja, ja. Genau. Nichts für zarte Geister. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe so ein bisschen, es kommt immer alles so flippig und lustig daher. Und darunter ist halt eine super tiefgründige Spiritualität, die aber zur Sache geht. Und wenn jemand das möchte, dann ist er bei mir natürlich richtig. Ja, ich glaube auch, du schaffst es auch gut, dieses Bodenständige mit der Spiritualität, das ist ein Rauskrieg, gut zu verbinden. Ja, also das ist ja auch nebengegeben. Weil manche sind so, ja, so ganz spirituell und manche so ganz bodenständig. Und ich glaube, diese Mischung macht es aus, dass man wirklich, dass du auch greifbar bleibst. Also, dass du nicht irgendwo ins Fern abgehoben bist, sozusagen. Ja, das fing bei mir an mit dieser Entwicklung mit, dass die Chakren so nach außen gingen. Das wurde immer erdiger. Das wurde immer irgendwie, ja, und jetzt zieht es mich manchmal so richtig auf die Ehe. Also, das ist dann das, ja, wo es dann irgendwie, da kommt die Idee auf den Boden, das Business wird sichtbar. Und nicht irgendwie, ah, ich habe vor sieben Jahren auch immer den Leuchtturm gesehen und, ja, aber hast du ihn verwendet? Nein. Also, irgendwie, es gibt ja so viele, die vor sieben Jahren hatten die eine Idee. Ja, aber warum hast du sie nicht umgesetzt? Also, musst die Sachen umsetzen, tun, einfach mal ausprobieren. Und die Ehe ist halt auch einfach angefangen mit diesem Kongress und was ist daraus Schönes geworden und baut sich so ihre Community auf. Das ist der tollste Weg in die Sichtbarkeit. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe 2014 meine erste Konferenz gemacht, mein Kind eins. Ja, ich bin auch alleinerziehend, Haus, Garten, Hof, was weiß ich. Normalen Job auch noch und so. Und das ist halt, man muss, man kriegt es unter einen Hut, wenn man möchte. Ja, wenn man möchte. Und jeder Tag hat 24 Stunden bei jedem. Das ist das einzig gerechte auf der Welt, sage ich immer. Ich fand das jetzt auch so lustig, weil der Steuerberater hatte bei mir Probleme. Das habe ich dieses Jahr auch zum ersten Mal abgegeben, als ich bin seit 96 selbstständig. Und habe dann gesagt, ab diesem Jahr mache ich das Buch nicht mehr selber, weil das hat mir nie Freude bereitet. Ich habe es halt gemacht, weil ich es gebracht habe. Ja, aber es war nämlich mein Steckenpferd. Und er hat mich jetzt letztens angeguckt und hat gesagt, wegen der Rechnung, dieser Rechnung, ja. Und dann habe ich ihm erklärt, wie ich zusammenhänge und okay. Und dann hat er mir dann gesagt, was ich da für Hinweise das nächste Mal draufschreiben soll. Und dann sagt er so, wie viele Stunden haben Sie am Tag? Ich sage 72. Also das ist so, aber das ist wirklich, woher denke ich meinen Fokus hin und viele Sachen, wie du im Video auch schon gesagt hast. Wenn ich mich ausrichte oder wenn ich meditiere, dann geht auf einmal alles viel leichter, schneller, flockiger. Es geht wirklich einfach schöner und man ist in der Leichtigkeit drin, wo man am Tagesende dann sagt, wow, wie konnte ich das eigentlich alles schaffen, ja. Hat er Tag wirklich bis 24 Stunden und gut, ich bin eine Mensch, die viel Schlaf braucht. Trotzdem ist es wichtig, dass man zur Ruhe kommt und dass man sich die Zeit für sich nimmt. Ja, genau. Damit viel Spaß. Hast du noch ein abschließender Tipp für unsere Community, wo du sagst, möchte ich unbedingt noch mitgeben? Also sei ein Leuchtturm, kein Teelicht ist halt so ein Lebensmotto. Also einfach dich zeigen und sichtbar werden und immer wieder die Glühbirne anwerfen und nicht nur einmal und dann wieder weg und erwarten, dass damit schon alles getan ist, sondern jeden Tag, jeden Tag sich wieder zeigen und nicht irgendwie wieder drei Monate lang die Bettdecke über den Kopf und sagen, keiner liebt mich, sondern du musst anfangen, dich selbst zu lieben, nach draußen zu strahlen und dann werden dir viele, viele tausend Leute folgen können. Ja, habe ich auch so gemacht. Ja, ich sag mal, es ist vielleicht auch eine Hilfe, dass man sich fragt, möchtest du eigentlich was mit dir selber zu tun haben? Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann solltest du schnellstens sagen. Ja, genau. Das ist sicher falsch. Ja, es kommt alles auf einem selber raus und das fängt mit Selbstliebe an und das fängt mit Liebe, die ganze Menschheit dann irgendwie auf und ja. Ja, aber das hört sich jetzt immer leicht an. Ja, wenn man wirklich in so ein Loch steckt, ist es natürlich wirklich schwer. Aber ich kann nicht sagen, wenn du gesagt hast, mit dem Schakt, dann sag doch mal, dass es bei jedem sitzt. Also dieses, ich würde einfach mal dieses machen, ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht in jedes Chakra. Ich fange an im Wurzelchakra, ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht, gehe dann ins zweite Chakra. Ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht. Und in jedem Chakra denke ich, das dreht sich so, wie so ein Mantra. Und in jedem Chakra dann siebenmal durch. Und dann machst du das fünf Minuten lang. Du hast ja immer was im Kopf. Und dabei schaltest du aber gleichzeitig runter und wiederholst immer diesen Satz, schreibst du erstmal auf, bis du den weißt und dann guckst du immer wieder auf den Satz. Ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht. Und das machst du fünf Minuten lang. Und dann bist du in dem Zustand, da fängt an, etwas zu drehen, etwas nach außen zu strahlen in den Chakra. Und das wird immer stärker und irgendwann bist du in der totale Lichtsäule, wirst du in der Leuchtung. Also du bist dann praktisch automatisch noch verbunden mit Himmel und Erde sozusagen und machst dann extra noch eine Übung dazu. Okay, ich werde den Satz auf jeden Fall mit in deinen Text reinschreiben, da hat es auch jeder schwarz auf weiß. Ich glaube, ich habe noch ein Video, aber das ist ein bisschen älter, aus meiner älteren Zeit. Ja, jetzt bist du ja jünger, ist ja klar. Ja, genau. Du bist ja ein Stück jünger und das ist gut so, das werden wir alle jetzt zulassen. Ja. Wunderbar. Viel Spaß. Wer eine Frage hat, kann sich natürlich bei mir melden, per Mail oder so. Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, für die Verjüngungskur von uns alle. Ja. Ja. Die Tickler von Kur. Und ja, dann hoffen wir, dass wir jetzt alle unser Teelicht in den Leuchtturm verwandeln können und dass alles gut wird. Ja. Und ja, der eine oder andere nimmt sicherlich gern helfend deine Hand an. Ja. Ja. Ja.